Bauer sucht Frau – Kein Happy End für Mike Katrin Dass man bei Bauer sucht Frau sehr wohl seine große Liebe finden kann, ist längst kein Geheimnis mehr. Iris und Uwe Abel, Narumol und Josef oder Bruno und Anja machten es vor, dass eine Teilnahme an der RTL-Kuppelshow zu einem persönlichen Happy End führen kann. Auch in der diesjährigen 18. Staffel gab es genauso ein Happy End wie der Einmal für einige Landwirte. So fanden sich beispielsweise Ulf und Annalina, Max und Anna oder Arne und Antje dank der beliebten Sendung. Doch so erging es leider nicht jedem Bauersucht-Frau-Kandidat der aktuellen Staffel. Das traurige Liebesaus zwischen Michael und Jan Hendrik sorgte wohl für die meisten Schlagzeilen, doch auch das Kennenlernen zwischen Mike und Katrin nahm eine bittere Wendung. Bittere Abfuhr, bevor wir uns weiter quälen Nahezu aus dem Nichts beendete Rindermast wirkt Mike nämlich die Hofwoche mit Katrin, nachdem die Projektmanagerin versucht hatte, ihn wachzurütteln, Ich wünsche mir, dass du mir zeigst, dass es in deinem Leben nicht nur die Arbeit gibt, nicht nur deinen Hof gibt, sondern dass zu einer Partnerschaft auch mehr dazu gehört. Doch Mike, der noch nie zuvor eine Freundin hatte, zog stattdessen die Reißleine und gab Katrin einen bitteren Korb, bevor wir weitermachen und uns noch weiter quälen, sollten wir auf Augenhöhe die Hofwoche jetzt beenden. Im Finale berichtete Katrin dann zwar, dass sich die beiden nach dem Hofwochenaus doch noch einmal getroffen hätten, doch auch daraus sei letztlich nichts geworden. Der Bauersuchtfrau-Kandidat ist nun wieder auf der Suche nach einer neuen Frau, doch wenn es nach den Zuschauern geht, könnte diese Suche noch ein Weilchen dauern. Auf dem offiziellen Account der RTL-Show fanden einige Fans deutliche Worte für den 30-Jährigen. Mike ist nicht zu verstehen. Katrin ist so offen auf ihn zugegangen und meinte es gut. So verklemmt, wie er mit 30 noch ist, findet er nie eine Freundin. Lautet beispielsweise ein Kommentar im Netz. Autsch! Wenn du dir ganze Drama zwischen Mike und Katrin sowie die gesamte Bauersuchtfrau-Staffel noch einmal anschauen möchtest, kannst du das jederzeit bei RTL Plus. So verklemmt, wie er mit 30 noch ist.